Stopp war's gestern, am letzten Drucker ist es hinausgegangen für unsere Bursche und gewinnen 2 zu 1 gegen Nordirland. Guten Morgen Österreich, auch wir starten mit Bewegung hinein in den Sarg. Ich freue mich, wir sind heute hier in Bewegungswoche Nummer 34 und da wir Montag haben, gehen wir es einmal gemütlich an. Das heißt, wir gehen einmal in die leichte Grätsche und beginnen jetzt einmal hier in der Hüfte zu mobilisieren. Das heißt, einmal ganz leichte Kreise zu machen in eine Richtung oder auch in die andere. Schauen, dass wir gut stehen. Wie gesagt, leichte Grätsche. Wir setzen unser Lächeln auf, wir atmen. Ja, herrlich, wenn man sich so bewegt. Ich finde das immer recht angenehm, wenn du früh beim Aufstehen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Da bin ich immer relativ steif noch. Da brauche ich immer so meine paar Minuten, aber diese Übungen, die helfen dann natürlich. So, vielleicht einmal probieren, in die andere Richtung zu gehen. Und währenddessen wir hier kreisen, ja, im Hüftbereich, werfen wir gleich einen Blick auf unsere ersten Fotos. Und zwar, die Christa haben wir da aus Kopsdorf. Einen wunderschönen guten Morgen. Sehen wir schon eingeblendet, da ist sie. Ja, fleißig. Herrlich. Ja, gut. Wenn wir zurückkommen, die, die können, probieren wir mal einen Achter hier zu machen. Ja, Achter. Genau richtig schön mobilisieren. Dann vielleicht einmal stoppen und in die andere Richtung zu gehen. Sehr schön. Ach, ausgezeichnet. Schön groß. Also größer werden. Schön langsam, ja. Dann wieder probieren, ein bisschen kreisen. Ja, eine Richtung. Andere Richtung. Okay. Sehr gut. Na, da merkt man schon hinten, gell? Also ich zumindest. Gut. Wir werden ein bisschen größer vom Schritt her. Ja, leichte Grätsche. Und jetzt bewegen wir uns von einer zur anderen Seite. Rechts, links. Ja. Auch da schön langsam. Achten aber drauf, dass wir die Körperspannung haben. Ja. Ja, genau. Rechts, links. Das heißt, da stabilisieren wir. Da dehnen wir innen. Genau. Da wird man richtig schön aufgewärmt hinein starten. In den Tag. Sprich, in den Wochenstart kann man ja sagen. Montag geht's. Sonne haben wir keine. Aber hier im Studio ist es angenehm. Die Scheinwerfer. Ja, das ist irgendwie so wie ein bisschen ein Sonnenschein, ein künstlicher. Von rechts nach links. Okay, wir kommen wieder zur Mitte. Schulterbreiter Stand. Jetzt probieren wir mit unseren Fingerspitzen in Richtung Knie zu gehen. Ja. Also wir bewegen uns da oben. Wir mobilisieren von einer Seite auf die andere. Schön langsam natürlich heruntertasten oder rantasten. Wie gesagt, es soll nix weh tun. Bitte, ihr entscheidet natürlich drüber. Oder ihr selber spürt es am besten. Wie gut geht's. Ja, was traue ich mir noch zu. Und dann ein bisschen größer werden. Genau, bis wir nach unten kommen. Schön langsam von den Bewegungen. Wir haben keinen Stress. Achtet drauf bitte auf die Qualität. Sauber machen die Übungen. Herrlich. Wie gesagt, damit wir mal gescheit mobilisieren. Für den Start. Und jetzt der nächste Schritt. Wir werden größer sein. Wir nehmen jetzt die eine Hand dazu. Und ziehen da schön nach oben. Ziehen da mit der Schulter nach unten. Bleiben wir mal kurz in der Position so. Und dann merkt man, wie angenehm. Da die komplette Dehnung. Bleiben. Kommen wir zur Mitte. Andere Seite. Wollen wir auch dehnen. Atmung fließt. Herrlich. Ja, wir schauen gleich auf Foto Nummer 2. Währenddessen wir hier dehnen. Und zwar die Martina. Sehen wir da, glaube ich, genau. Trotz Gips ist sie fleißig unterwegs. Aus Tirol. Also beziehungsweise aus Innsbruck. Währenddessen wechseln wir wieder unsere Seite. Ja, die Innsbrucker fleißig sind sie. Wechseln die Seite. Genau, Seite. Ja, auch da noch einmal halten. Noch einmal die andere Seite. Rüber gehen. Ja, an dieser Stelle. Apropos Innsbruck. Schöne Grüße an einen lieben Jugendfreund von mir. Den Tommy. Guten Morgen. Da weiß ich, der ist auch so oft es geht bei uns mit dabei. Okay, gut. Wir kommen zur Mitte. Schütteln ganz kurz aus. So, nächste Übung ist eine neue. Die haben wir noch nicht gemacht. Ich stehe mir mal seitlich hin. Und zwar schulterbreiter Stand. Arme nach vorne. Und jetzt ziehen wir praktisch unsere Schultern nach hinten. Richtung Schulterblatt. Wir ziehen nach hinten. Ja, nach hinten ziehen. Bisschen schwieriger wird es dann, wenn man auch noch die Handflächen aufstellt. Also die Fortgeschrittenen können oder die Handflächen aufstellen. Schön nach hinten ziehen. Genau. Und ich komme jetzt wieder zu euch. Währenddessen wir hier praktisch, genau, die Muskulatur unterm Schulterblatt mobilisieren. Herrlich, gell? Richtig schön zurückziehen. Vorne wieder. Nach hinten. Ausgezeichnet. Knacksen ist ganz normal. Auch bei mir der Fall. Sehr schön. Richtig schön nach hinten. Dann können wir aber wechseln. Eine Hand nach hinten. Die andere nach vor. Jetzt zieht aber wirklich die Schulter nach hinten. Ja. Wechsel rechts, links. Oder ihr sagt, na, so ist es mir angenehmer. Ich bleibe hier mit beiden Armen vorne. Und wir haben noch ein Video währenddessen, wie wir praktisch da mobilisieren, unterm Schulterblatt. Aus Berlin. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Anja war im August auf Österreich Urlaub. Hat uns da entdeckt. Und seitdem sagt sie, ist sie mit dabei. Also international. Fit mit Philipp. Schön nach hinten ziehen. Ja. Da hackt sie. Auch das eine ganz, eine feine Übung, die wir noch in dieser Woche natürlich ausüben werden. Schön nach hinten. Okay. Wir schütteln wieder aus. Nächster Step. Wir nehmen einen Arm. Und zeichnen damit jetzt einen vor uns liegenden Achter. Schön mal klein beginnen. Ja. Klein. Langsam beginnen. Und dann die Fortgeschrittenen können da gleich schneller werden. Ja. Und dann natürlich unseren Arm so richtig schön fliegen lassen. Da kann der Oberkörper ruhig ein bisschen mitgehen. Ja. Da mobilisieren wir. Und da kann man den Achter richtig schön groß machen. Ja. Herrlich. Das heißt, da reizt man wieder das Gelenk in seiner vollen Bewegungsgröße aus. Schmieren. Auf gut Deutsch das Pfandl aus. Wichtig. Sehr herrlich. Richtig schön. Achter. Klein beginnen. Langsam. Und dann natürlich steigern. Man spielt sich ja selber am besten. Übrigens soll es irgendwelche Einschränkungen oder Problemchen geben, darf ich euch bitten, das natürlich abzuklären mit eurem Therapeuten oder Arzt. Ich bekomme auch immer wieder Zuschriften. Philipp, was kann ich da oder da machen? Das ist natürlich sehr individuell. Ferndiagnosen gibt es sowieso keine. Deshalb bitte zuerst abklären und dann erst Übungen machen. Dankeschön. Ja. Herrlich. Richtig schön groß. Und wenn es knackst, dann ist es auch okay. So wie bei mir. Herrlich. Okay. Gut. Schütteln kurz aus. Andere Hand. Auch da wieder. Kleine Bewegungen machen. Kleine Bewegungen. Richtig schön groß werden. Langsam. Bring mir Dynamik hinein. Schwingen wieder in den Tag. Motiviert. Genau. Wir lassen uns da nicht unterkriegen. Und wichtig natürlich, gerade in Zeiten wie diesen jetzt. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit meinen Übungen oder mit meinem Programm fertig seid. Haut euch in die Laufschuhe, Turnschuhe, wie euch immer. Straßenschuhe. Geht zur Runde spazieren. Geht laufen. Raus in die frische Luft. Ganz, ganz wichtig. Tut dem Körper gut. Richtig schöne, große Achter schwingen. Okay, kommen wir zurück. So. Jetzt kommen wir zu 1, 2, 3, 4. Ein Klassiker. Das heißt, Schulterbreiterstand, Körperspannung, die ist da. Lächeln setzen wir auf. Und dann 1, 2, 3, 4. Okay, das macht jetzt jeder in seiner Intensität, Geschwindigkeit, wie auch immer. Ihr könnt euch auch vorstellen, ihr habt da einen imaginären Widerstand. Und wenn man das richtig macht, macht sich das auch bemerkbar natürlich, weil da spürt man sich noch viel stärker. Richtig schön seitlich vor. Vordere, mittlere, hintere Schulter. Es ist ja auch immer sehr interessant, wenn man heute fragt, was ist euch denn wichtig im Leben? Was sagen die meisten? Die Gesundheit natürlich. Was machen wir ohne Gesundheit? Und die wollen wir uns erhalten her schaffen. Denkt daran, ihr seid selber für euch verantwortlich. Bewegt euch. Tut was. Damit stärkt ihr natürlich euer Immunsystem. Ganz, ganz wichtig. Man fühlt sich geistig für besser, für die Psyche optimal. Also schaut auf euch bitte. Da kommen wir durch, ganz locker. Das machen wir gemeinsam. Schnell nach vorn, seitlich. Und auch, es gibt immer so, sag ich mal, die Komfortzone und die kann man verlassen. Wenn es zum Beispiel jetzt schon ein bisschen ziert, wenn man merkt, es ist anstrengend, dann beißt es noch ein bisschen rein. Noch ein bisschen drüber. Geht aus der Komfortzone heraus. Weil genau dann stärken wir uns. Ja, da werden wir besser. Raus. Jawohl. Und einmal nach vor. Seite. Hinten. Seite. Gut. Und weil es so schön ist, kräftigen wir natürlich weiter. Wir nehmen wieder unser klassisches Rad. Haben die Position halb sechs und zwölf. Und wir greifen an. Und jetzt drehen wir unser Rad. Stell uns vor, da ist ein enormer Widerstand. Den kann man variieren. Entweder leichter. Ja. Drehen von einer zur anderen Seite. Oder wir drehen zur anderen. Genau. Und richtig. Und richtig fest. Widerstand ist da. Jawohl. So. Richtig schön drehen. Ja. Und da schaut es auf. Körperspannung ist da. Da haben wir die Spannung in der Mitte. Oberschenkel. Alles. Den ganzen Körper. Geht schon. Strengt euch an. Strengt euch an. Jawohl. Und wir drehen. Eine richtig gute Kräftigungsübung. Andere Seiten wieder. Und wieder. Wir drehen. Jawohl. Ja. Ja. Sehr gut. Herrlich. Glaubt man gar nicht, wie schwer das sein kann, wenn man keinen Widerstand hat, sondern sich diesen nur vorstellt. Und wieder drehen. Ja. Und drehen. 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 Und so. Und einmal noch in die andere Richtung. Und drehen. Atmung. Jawohl. Und gibt's alles. Ja. Ja. Okay. Wir schütteln aus. Kommen jetzt zu unserer Lendenbübelseile. Schulterbreiter Stand. Drehen wir seitlich hin. Dann greifen wir daher zu unseren Beckenknochen. Und begeben uns einmal praktisch. Drehen praktisch nach vor. Mit unserem Becken. Gehen wieder nach hinten. Bewegen uns nach vorne. Nach hinten. Schön langsam beginnen. Also wie ich so es nicht tun. Aufpassen. Kein zu extremes Hohlkreuz. Jeder für sich so gut er kann. Ja. Das brauchen wir. Mobilisieren. Lendenbübelseile. Bevor wir zu den Fußhörern übergehen. Herrlich. Ja. Das ist angenehm. Okay. Einmal noch. So. Nächster Schritt. Wir kommen zu den Beinen. Links oder rechts. Eines der beiden Beine bitte verwurzeln. Dann erst auslösen. So. Und jetzt ist Kniehub. Abspreizen. Anziehen. Strecken. Anderes Bein. Kniehub. Abspreizen. Anziehen. Strecken. Achtet drauf. Sauber zu sein. Wenn es nur so geht. Leicht anheben. Abspreizen. Ja. Jeder für sich so gut er kann. In seiner Bewegungsgröße. Ja. Wenn ihr euch irgendwie unsicher fühlt. Dann nehmt ihr euch ein Sessel. Stellt euch zu einer Wand oder was hin. Kann man alles machen. Ja. Also da kräftigen wir praktisch. Ja. Ohrchenkel vorderseite. Dann haben wir hier praktisch die Außenseite. Sprich unsere Abduktoren. Adduktoren. Die Themen natürlich. Kommen zurück. Stellen wieder ab. Ja. Genau. Das heißt wir kräftigen natürlich auch unseren Hüftbeuger. Den wir immer wieder brauchen im täglichen Leben. Ja. Herrlich. Sehr schön. So. Ja. Sehr gut. Das ist. Angenehm. Geil. Gut. Einmal nach links. Hoppala. Schaut her. Nicht gescheit konzentriert gewesen. Links. Zack. Abstellen. So. Gleiches Beispiel jetzt aber. Oder gleiche Übung mit dem Beugen. Das heißt wir beugen. Spreizen ab. Zack. Stellen wieder ab. Ja. Beugen. Okay. Jeder für sich. Einmal links. Einmal rechts. Noch. Die eine Seite. Wie heute nicht so richtig. Wechsel. Auch da natürlich im Wechsel. Zack. Ja. Ich merke. Es ist heute Montag bei mir. So. Wie mich da bewegt. Also ihr seht. Es ist nicht jeder da gleich. Beim einen geht es heute wesentlich besser. Der denkt sich. Boah. Super. Heute habe ich mich richtig gesteigert. Abstellen. Genau. Beugen. Abstellen. Abspreizen. Anziehen. Strecken. Ja. Und wir tun auch gleichzeitig was fürs Gleichgewicht. Herrlich. Einmal nach links. Abstellen. Einmal nach rechts. Okay. So. Jetzt kommen wir zur Kniebeuge. Heute ein bisschen anders. Und zwar. Körperspannung ist da. Wir gehen nach unten. Eins. Zwo. Drei. Vier. Okay. Also. Ich zeige es mir von der Seite her. Wir gehen nach unten. Eins. Aufpassen. Körperspannung. Nett, dass es Pop schon so hinten ausfällt. Gehen wieder nach oben. Und dann. Eins. Zwo. Okay. Alles klar. Also jeder für sich. Einsteiger bleiben weiter oben. Fortgeschrittene gehen weiter nach unten. Und die Profis so gut es geht. Ja. Nach unten gehen. Und das macht jeder für sich. Genau. Nach unten. Richtig schön. Ja. Herrlich. Wir kommen nach oben. Aufrechte Haltung. Hüftrotatoren mobilisieren wir durch diese Bewegung. Ihr macht es bitte ganz einmal weiter. Ja. Gehen nach unten wieder. Kommen nach oben. Eins. Zwo. Herrlich. Und wieder nach unten. Nach oben. Eins. Zwo. Damit wir da richtig schön mobil sind. Ja. Eins. Zwo. Und wieder nach unten. Aufpassen. Wie gesagt. Geht es nach unten. Soweit es geht. Probiert es dann ein bisschen weiter mal zu gehen. Oberkörper ist aufrecht aufpassen. Manche Bilder sehe ich. Da sind die Leute so vorne. So sind wir nicht. Wir schauen, dass wir relativ aufrecht sind. Gehen nach unten. Jeder so gut er kann. Wieder nach oben. Und dann. Eins. Zwei. Okay. Und jetzt machen wir noch. Zehn gemeinsam. Geht schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun. Und bei der Zehnten langsam nach unten. Langsam. Langsam. Ein bisschen weiter als zuvor. Langsam. Kurz bleiben. 3, 2, 1, wir kommen nach oben, einmal noch, zweimal und wir schütteln aus. So, einmal durchatmen, stellt sich entspannt hin, Körperspannung ist da und jetzt gehen wir mal mit unserem Kopf nach links, atmen, dehnen. Und jetzt ganz wichtig, bitte für morgen für euch, der Nationalrat-Takt, das heißt wir turnen morgen auf ORF Sport Plus. Stellt sich den Sender ein, also morgen bis Freitag ORF Sport Plus, ihr wechselt links, rechts, jeder für sich, ihr könnt euch ein bisschen neigen, von einer Seite einmal, also eine Seite atmen, andere Seite. Ja, wie immer trinken, nicht vergessen, ich freue mich schon auf morgen, wie gesagt, ORF Sport Plus, in diesem Sinne noch einen schönen Tag und trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen.